Yo Leute, heute mal ein etwas anderes Video, denn heute will ich mit euch zusammen Fortnite TikToks anschauen. Ich bin so süchtig nach Fortnite TikTok, schreibt mal in die Kommentare, ob ihr Fortnite TikToks süchtig seid oder einfach TikToks süchtig. Ich wette mit euch, lasst ein Like da und ein Abo und checkt meinen zweiten Kanal Flex 2.0 ab, denn da lade ich jeden Tag solche Reactions hoch. Link ist unten in der Beschreibung und ich bin jetzt schon mega gespannt auf diese Fortnite TikToks. Let's go mit dem Video. Wenn dein Teammate stirbt. Ah, das sieht schon schmackhaft aus. Ja moin, er geiert ja richtig auf die SMG. Fortnite Season 4, Fortnite Season 1, Fortnite Season 9. Schreibt mal in die Kommentare, welche Season war eure Lieblingsseason. Oh, was ist das? Hä? Nein, oder? Alter, das war ja ein krasser Leak. Oh mein Gott. Warte mal, was hat das Hühnchen da gerade gesagt? Habt ihr es gehört? Ja moin. Ja, kann man. Und damit kann man auch die Gegner richtig hops nehmen. Glaubt mir, Leute. Ja, und die Gegner sehen das halt auch gar nicht. Mega nice. Let's do a Sky Base. Oh. So haben OG-Player früher Trickshots gemacht. Oh man, das ist halt echt so. Cheats. Warte mal. Wie schnell hat er nach rechts geaimt? Skins kombinieren? Ey, das wäre so nice, Alter. Wenn man Skins einfach zum Beispiel die Köpfe mit anderen Körpern kombinieren könnte. Das wäre so krank. Wie ist das möglich? 100? 120? Und er stirbt immer noch nicht? Vielleicht hatte der einen Parasit auf dem Kopf. Das könnte natürlich sein. Wait for it. Ich weiß schon, was kommt mit dem Skin. Ich weiß schon, was kommt. Nein. Ich wusste es einfach. Okay, das sind den OG-Skin. Die rasten komplett aus. Man kennt's. Die wollen den unbedingt adden. Der Kleine freut sich, weil er die Streamerin hochgeholt hat. Bro, Chica hat 8 mehr Lies, bro. She's a cat. She's a jaguar. She has 8 mehr Lies. Oh, Miss Smith. Miss, can I please go to the bathroom? Well, that's a great question, Kyle. Can you go to the bathroom? Can I please just go? I don't know. Class, help them out. Can you... Oh, nein. Kennt ihr das, Leute, wenn ihr in der Schule fragt, ob ihr auf die Toilette gehen könnt? Und dann sagt der Lehrer, ich weiß nicht, kannst du das? Alter, so unnötig. Wer kennt's, Leute? Schreibt's mir in die Kommentare oder lasst einfach ein Like da. Ich hab das so oft mit den Lehrern gehabt. So unnötig einfach. Und er hat sich einfach in die Hose gemacht. Oh, mein Gott. So kann ich gehen? Kannst du? Oh, Mann. Oh, Mann. Manche Seasons sind halt so Gänsehaut-Feeling. Zieht euch das mal rein. Das kann man einfach mit heute nicht vergleichen. Wait for it. Oh, die arme Banane. Lass doch die Banane in Ruhe. Ach, komm. Banana. Banana. Oh, oh, oh. Oh. Oh, my bestie and your bestie. Grab down, die desire. And let me make my one body. And let me make this go so higher. Oh, mein Gott. Warum hat er es getan? Okay, was passiert hier jetzt? Hä? Warte mal. Okay. Chun-Li zu benutzen ist echt, echt sass. Ja, ja, ja. Ihr seht, Leute, was da passiert. Wir wollen nicht darüber reden, oder? Was da gerade passiert. Ähm, ja. Die Bananen sind richtig sass. Spider-Man-Konzept. Oh. Würde ich feiern. Würde ich feiern. Und ich will nicht, dass du dich um sie zu tun hast. End. Of. Story. So, warum nicht mir einen mehr... Okay, okay. Was war das jetzt? Manche Stories check ich einfach nicht. Spoiler für Season 8, Leute. Oh, es gibt... New... Okay. Custom Crossairs. Aber ich glaube, das sind einfach nur... Leaks. Also, davon ist nichts bestätigt. Aber bald kommt ja die Season 8. Äh, was passiert hier jetzt? Achso, das ist so eine Troll-Map. Okay, feier ich. Alter, was geht bei ihm? Nein, nein, nein. Das ist niemals er. Das wurde reingekattet. Let's go! Nein. Niemals ist das der. Niemals. Oh. 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 Der Rechte hat nice Schuhe. Okay. Solos. Ganz normale Solos. Du machst einen Jump Pad. Okay. Das ist den normalen Solos. Jetzt kommt wahrscheinlich in Arena. Ja, genau. In Solo oder Arena. Ja, ja, ja. Ja, das stimmt. Man wird halt komplett gelasert. Das ist echt so. In Arena kannst du kein Jump Pad benutzen. Alter, was geht bei dir denn? Digga, diese Stimmen. Diese Stimme, was geht bei denen? Oh. Oh, die machen alle gleich Auge, weil der Mädchen redet. playing for night, also. Hey, for night. Och, nö. Wie die alle gleich geiern. Och, nö. Und dann ist die geliebt. Oha. Was redet da für ein kleiner Junge? Oh, nein. Der will jetzt zu dem Haus laufen und ihn wieder beleben. Wie süß ist er denn? Wie süß. Oh, nice and warm. Oha. Solche TikTok-Montagen feier ich. So edits. Okay, was passiert da? Oh, nö. Oh, nö. Der weiß nicht, dass da jemand ist. Oh, Controller-Player-Aim. Stimmt es eigentlich wirklich, dass Controller besseres Aim haben? Also die mit dem Controller. Ich habe noch nie auf Controller gespielt. Oh, das hat sich... Uh, er hat ihn hops genommen. Get out of here, boy. Alter, er hatte hier... You got me fired up, boy. Er hat ihn komplett hops genommen. Okay, minus 5000 IQ. Oh mein Gott, Leute. Ich will die Fallen wieder zurück haben. Wer von euch noch? Ey, Leute, die Fallen sind so nice. Warum sind die nicht mehr drin, Leute? Wenn ihr die Fallen wieder zurück haben wollt, zeigt es Epic Games und schreibt in die Kommentare, wir wollen die Fallen zurück. Ey, das war so nice. Oh mein Gott. Was geht bei ihm? Mr. No-Skin. Was geht bei ihm? Hä? Digga, er checkt gar nichts. Mr. No-Skin. Ey, komm. Lass den Mr. No-Skin in Ruhe. Komm schon. Guckt ihn euch an. Oh nein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. WTF? Okay, was passiert hier? Okay, man darf den Rift nicht benutzen. Okay, verstehe. Weil du sonst in die Zone gekickt wirst. Okay. Oh mein Gott, was? Warte. Ist das schon im Spiel? Oh nice. Das wäre auf jeden Fall nice. Ja Leute, und ich würde sagen, das war es mit den heutigen Fortnite TikToks. Falls ihr mehr solche Reactions sehen wollt, checkt einfach meinen Zweitkanal Flakes 2.0 ab. Link ist unten in der Beschreibung. Da kommen jeden Tag solche Reactions auf Fortnite TikToks, auf Fortnite WTF Momente. Checkt es auf jeden Fall ab. Lasst ein Like da unten, ein Abo und ich küsse euer Herz. Euer Flakes. Ciao. Ciao. Musik 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 Luden Musik 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 Bis zum nächsten Mal.